Jo Leute und willkommen wieder hier auf meinem Kanal Inkev. Ich hoffe euch gefallen hier die Reactions. Wenn ja, dann schreibt jetzt eine 73 rein, dann zählt ihr zur Alpha Crew Nummer 1. Ne, wir gucken uns jetzt aber das Video die dümmste Klimaaktivistin bei Leeroy an. Ich bin gespannt was da kommt, das Video ist auch schon 2 Tage alt von Kronen.de. Mal schauen, let's go. Jo Freunde des Klimas, ihr wisst es wahrscheinlich alle, Leeroy hat ja ein Format, wo er immer wieder mit allen möglichen Leuten redet. Manchmal gibt es um geile Themen wie Windeln, manchmal sind da aber auch echt weirde Leute, wie zum Beispiel letztens eine Klimaaktivistin, die unter anderem auch... Junge, wait, wait, wait. ...sindbar sind da aber auch echt weirde Leute... 23.000 Dislikes. Und 5.000 Likes. Junge, 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 Junge. Also das ist natürlich eine ganz wilde Bewertung. Wie zum Beispiel letztens eine Klimaaktivistin, die unter anderem auch bei der letzten Degeneration dabei ist. Und ich muss wirklich sagen, die hat so viele, so kritische und dämliche Aussagen gebracht. Junge, Junge. Am Anfang geht es darum, dass sie diese Demos ja nicht anmelden. Dazu sagt sie folgendes. Warum tut sie das nicht? Weil wir einfach das Gefühl haben, dass es nichts bringt, wenn wir das anmelden. Weil diese braven Sachen, die haben jetzt einfach in den letzten Jahren gezeigt, dass es irgendwie den Leuten ziemlich, wie soll man das sagen, halt ziemlich egal ist. Und wenn man das unangemeldet macht und dann einfach ganz random die Leute blockiert, wenn sie es nicht erwarten, dann haben sie auch nicht die Möglichkeit, dem Thema auszuweichen. Ja, mag sein, dass man dann gezwungenermaßen im Stau steht. Wo man auch selber schuld ist, ganz ehrlich. Also wer sich keinen Privat-Telekopter leisten kann, der hat sowieso nichts auf der Straße zu suchen. Die Frage ist aber, beschäftigt man sich deswegen denn mit dem Thema? Die Leute, die ganz vorne stehen, sehen natürlich zumindest das Banner. Aber wenn so ein Stau zwei, drei, vier Kilometer geht, die sehen das ja irgendwann logischerweise nicht mehr. Also wie viele Leute erreicht ihr denn wirklich damit? Es ist ja nicht so, dass ihr irgendwie mit einem riesigen Helikopter über den Stau fliegt, da so ein großer Fernseher dran ist, der dann irgendwelche... Ja gut, wobei man muss halt sagen, es spricht sich ja rum, weshalb steht man im Stau oftmals... Das weiß man dann einfach oder es kommt im Radio oder was weiß ich. Da weiß man, weshalb man im Stau steht, dann wird man automatisch darauf aufmerksam. Aber ich weiß nicht, ob das so viel bringt. Also ich habe eher so das Gefühl, dass die Leute abgefuckter sind und eher der Hass gegenüber Klimaaktivisten eher geschürt wird aufgrund von solchen Aktionen. Ich weiß nicht, ob es der Sache gut tut. Ich kenne mich jetzt auch in diesem Aktivismus. Ich kenne mich da nicht aus, was da die beste Strategie ist, um Aufmerksamkeit dafür zu bekommen, um etwas zu bewirken. Aber keine Ahnung, also bisher fühle ich die Wirkung noch nicht so. ... Videos zum Klimawandel zeigt. Das heißt, die meisten, die da stehen, wissen wahrscheinlich gar nicht, warum. Sie sagt ergänzend dazu dann noch das hier. Wo alle irgendwie mal kurz ein paar Sprüche rufen, dann ist die Demo weg und man muss nicht mehr dran denken. Und wenn man halt eben quasi ganz random die Leute quasi dazu zwingt, dass sie sich das anschauen müssen, trifft man sie halt in einem sehr unverhofften Moment. Und wenn man sich halt festklebt, dauert das dementsprechend schon relativ lange, bis die Leute einen dann quasi wieder vergessen können. Okay, ja, es dauert vielleicht ein bisschen, bis die Leute euch wieder vergessen haben. Die Frage ist aber auch, was bleibt den Leuten denn im Kopf? Werden die beim Abendbrot mit der Familie dann wirklich über das Klima reden oder werden die einfach sagen, Ey, jo, da waren irgendwelche Idioten von der letzten Generation, ne, ja, zwei Stunden so spät, zwei Stunden stand ich da am Stau. Die werden sich halt offensichtlich eher darüber aufregen, was passiert ist und nicht sagen, Ja, wir müssen uns unbedingt mit dem Klima beschäftigen. Denn ich schätze, die meisten von denen wollten wahrscheinlich irgendwie... Ja, also da muss ich, da muss ich grundsätzlich ganz klar zustimmen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand dann zu Hause dann über das Klima spricht. So erstmal, die meisten wissen ja, dass es Probleme gibt im Thema Klima und die sind sich dessen bewusst. Und wenn dann jemand dann den Stau verursacht, ich glaube nicht, dass es jetzt auf Freude und auf Gesprächs- oder Diskussionsbedarf stößt, glaube ich jetzt zumindest nicht. Also über das Klima. Es gibt eher Diskussionsbedarf über die Aktivisten, was sie für einen Mist machen oder so. Und ich glaube, das tut der Sache nicht wirklich gut. Wie gesagt, Aktivismus ist ja wichtig, dass man darauf aufmerksam macht. Man muss immer gucken, wie macht man am besten aufmerksam. Ist ein krasser Schritt, sich auch auf die Straße zu kleben. Ich selbst fühle es nur, wenn das andere für gut und wichtig halten, weiß ich nicht. Muss jeder für sich selbst entscheiden, aber bin ich jetzt nicht der größte Befürworter dafür. Irgendwohin, das macht man normalerweise beim Autofahren so. Keine Ahnung, zur Arbeit, Kinder abholen, irgendeinen Termin, wo sie ja offensichtlich nicht hinkonnten. Dass das offensichtlich nichts bringt, das sieht man eigentlich auch bei dieser Umfrage, die vor zwei Wochen in Berlin stattgefunden hat. Und zwar konnten die Bürger entscheiden, ob Berlin bis 2030 klimaneutral sein soll. Insgesamt gab es 865.000 Stimmen, von denen auch 50,9% mit Ja gestimmt haben. Allerdings haben insgesamt zu wenig Leute mitgemacht, denn damit das angenommen wird, müssen mindestens 25% aller Wahlberechtigten mit Ja stimmen. Und da haben irgendwie so 160.000 Stimmen gefehlt am Ende. Gerade in Berlin, wo die ganze Zeit Straßen blockiert werden, machen viel zu wenig Leute bei so einer Abstimmung mit. Also das zeigt doch schon, dass es die Leute gar nicht juckt, oder? Jetzt geht es um Lützerrad und die Demo, die Anfang des Jahres da stattgefunden hat. Und das ist wirklich respektlos, was sie da von sich gibt. Also für mich persönlich hat sich das so ein bisschen angefühlt wie im Krieg. Wir gegen die Polizei, die diesen Konzern schützt, der unsere Zukunft kaputt macht. Und die Polizei, die uns dafür wahnsinnig schlägt und total übel zurichtet und sogar auf Sanitäter losgeht. Ich würde es als Hardcore beschreiben. Ja, man weiß, was das für ein Risiko birgt, wenn man dahin geht. Bei solchen eigentlich sehr friedlichen Aktionen, wo man nicht wirklich irgendwas gegen die Polizei tut. Und ich finde das wahnsinnig traurig. Dass die Polizei hier wahrscheinlich auch Fehler gemacht hat, darüber will ich gar nicht diskutieren. Es gibt auch einen Bericht vom Grundrechte-Komitee, die auch... Also man hat ja in diesen Videos gesehen, und das finde ich auch traurig. Ich glaube, da wurden wieder die Nummern abgegeben von den Polizisten. Man kann die dadurch nicht identifizieren. Das finde ich sehr traurig, weil es wurden teilweise wahllos auf Demonstranten eingeprügelt, eingeschlagen. Und das ist einfach asozial. Das muss man einfach auch sagen, dass da die Polizei sich auch selbst keinen Gefallen tut. Und da natürlich auch von einer gewissen Seite der Hass gegenüber der Polizei immer größer wird. Aber wie sie darüber spricht, ich finde, sie ist die falsche Person gewesen, die überhaupt dort eingeladen wurde in dieses Interview. Also sie repräsentiert diese Demonstranten echt nicht gut. Sie ist da sehr, sehr hardcore in der ganzen Thematik. Und vergleicht jetzt sowas mit Krieg oder... Da kommen ja noch andere Sachen, das werden wir jetzt bestimmt gleich sehen. Auch zu diesem Schluss gekommen sind. Worum es mir aber geht, ist das Ganze mit Krieg gleichzusetzen. Ja, mag sein, dass die Polizei nicht richtig gehandelt hat und vielleicht auch ein bisschen zu aggressiv vorgegangen ist. Das hat aber bei weitem nichts mit Krieg zu tun. Im Gegensatz zu den Soldaten, die nicht einfach gehen können und jeden Moment Angst haben müssen, erschossen zu werden oder anderweitig zu sterben, hättet ihr jederzeit gehen können, nach Hause, zu eurer Familie, wo es wahrscheinlich noch was zu essen gibt, ein schönes, warmes Bett und ihr gar keine Sorgen mehr gehabt hättet. Im Krieg kannst du das logischerweise nicht. Ihr müsst mir überlegen, was das für eine psychische Belastung für Soldaten ist, wenn die... Ey, KuchenTV, wirklich. Das macht mich fertig. Der sagt immer psychisch. Der sagt auch jetzt noch psychisch. In jeder Reaction und der hat wirklich immer irgendwo drin, also in einem Video hat er immer irgendwo das Wort psychisch drin. Ne, und der sagt immer psychisch. Das ist Wahnsinn. Der macht mich fertig damit, ehrlich. Also der macht mich einfach fertig damit. Wenn ihr wirklich im Kriegsgebiet seid, überall irgendwo... Ich sag euch, ich sag euch jetzt, ich verspreche euch, der sagt nochmal psychisch. Welche Einschüsse, überall Granaten oder Artillerie, dann muss man noch bei irgendwelchen Angriffen durch das gegnerische Feuer laufen und alles, was noch so dazu gehört. In der Ukraine gibt es sehr, sehr viele Videos von Drohnenangriffen, wo einfach Granaten fallen gelassen werden, wo Soldaten einfach im Schlaf davon getroffen werden. Überlegt euch das mal, was das für ein Druck ist, wenn ihr da schlafen geht und ihr genau wisst, dass sowas jederzeit passieren kann. Nebenbei verlieren die Menschen da einfach alles. Selbst wenn du als Soldat überlebst, haben sehr, sehr viele von denen... Ja, es ist halt der Zeitpunkt, das gleichzusetzen mit Krieg, ist ein sehr, sehr ungünstiger. Ich glaube nicht, dass sie das wirklich vergleichen wollte mit einem echten Krieg, der gerade herrscht, sondern eher so eine Kriegerei zwischen der einen Partei und der anderen Partei. Aber ja, sie hat es sehr lost ausgedrückt. Man muss halt wissen, ey, das bekommt ein teilweise Millionenpublikum. Da muss man wirklich darauf achten, was man sagt, wie man das sagt. Und ich glaube, sie hat das schon sehr, sehr dumm formuliert. Also ich glaube nicht, dass es ihr Wille war, das gleichzusetzen mit dem Ukraine-Krieg beispielsweise oder mit sämtlichen Kriegen, wo es um Schießereien geht. Und am Ende richtig krasse psychische Probleme bei dem, was... Er sagt wieder psychisch. Ich habe es euch gesagt. ...derlebt haben. Und sie können auch verwundet werden und verlieren zum Beispiel einen Arm oder ein Bein oder sonst irgendwas. Auch die Zivilisten, die dort sind, werden getötet, angegriffen, selbst wenn es manchmal nur aus Versehen ist, verlieren ihre Heimat, müssen wegziehen. Und können einfach nicht im Frieden leben. Und du vergleichst so eine Demo in Lützerath damit. Digga, ich komme nicht drauf klar. Wirklich. Auch der nächste Punkt ist wirklich weird. Ihr produziert ja bewusst einen Stau. Und in so einem Stau stecken nicht nur Menschen, die irgendwie nach Hause wollen oder zur Arbeit wollen, sondern vielleicht sind da Menschen, die auch wichtige Berufe ausüben. Wie zum Beispiel eine Krankenschwester auf einer Intensivstation, die eigentlich auf dem Weg ist, Leben zu retten. Also tatsächlich für solche Fälle haben wir extra ein Kommunikationsteam. Und die laufen da auch sehr, sehr oft durch und reden mit den Leuten und fragen, okay, bist du jetzt irgendwo ganz dringend eingebunden? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Stell dir vor, der Stau ist drei Kilometer lang und die laufen drei Kilometer und fragen bei jedem Autofahrer, ey, jo, hier hast du einen wichtigen Beruf, musst du los? Da würde doch jeder Autofahrer sagen, ja, ich habe einen wichtigen Beruf. Dann müssen die den ja losschicken. Ja, aber wie wollen die das machen bei dem drei Kilometer Stau? Wahrscheinlich, oder? Also das ist, das glaube ich ihr nicht. Das glaube ich ihr wirklich nicht. Vielleicht gibt es irgendwo ein Team, aber was wollen die machen, wenn der Stau schon verursacht ist? Wollen die auf einmal alle Autos wieder durchlassen? Glaube ich nicht. Wenn du irgendwie, bist du Feuerwehrmann und hast gerade einen Einsatz oder bist du eine Krankenschwester und musst auf die Intensivstation zu deiner Schicht. Und wenn das halt eben wirklich zutrifft und die Leute uns das auch wirklich ehrlich sagen und uns jetzt nicht komplett nervig und asozial behandeln, dann lassen wir die schon auch durch. Genauso wie Rettungswägen. Nervig und asozial behandeln, währenddessen sie nervig und asozial den Stau verursachen. Oh Junge, das ist echt sehr, sehr lustig. Ja, also weißt du, die machen ja, das ist ja eine wichtige Sache, ne? Das Klima ist eine allgegenwärtige, extrem wichtige Sache, aber wie die Frau sich hierbei äußert, das ist wirklich sehr lustig, ja. Es ist schon ein bisschen Comedy. Wenn der Stau jetzt zwei oder drei Kilometer lang ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass da kein Team komplett durchläuft und jede Person in jedem Auto fragt, ob es gerade irgendwie einen wichtigen Grund gibt, warum man sie durchlassen sollte. Ich meine, wie lang soll das bitte dauern? Vor allem stell dir vor, dann irgendwie nach eineinhalb Kilometer findest du dann nach einer Stunde oder so dann tatsächlich einen Feuerwehrmann, der eigentlich gerade zu einem wichtigen Einsatz muss. Ja, Bro, danke, das Haus ist schon abgebrannt, jetzt brauche ich hier auch nicht mehr durch. Auch die Aussage, ja, also wenn die nicht so asozial zu uns sind, dann lassen wir die natürlich auch durch. Digga, stell dir vor, da ist eine Krankenschwester oder ein Arzt, der komplett genervt ist, weil er nicht zu einer wichtigen Operation fahren kann und der antwortet dann halt auch genervt und du sagst, ja, also ich hätte sie jetzt ja durchgelassen, aber wenn sie so genervt antworten, dann bleiben sie mal bitte hier stehen. Ey, das ist so dumm und realitätsfern, wirklich, ich komme darauf nicht klar. Vor allem ist natürlich auch die Frage, was soll man machen, wenn keine Rettungsgasse gebildet worden ist? Naja, ganz einfach, man gibt die Schuld einfach den anderen. AutofahrerInnen selber keine Rettungsgasse bilden, dann kann halt auch der Rettungsdienst nicht durchkommen. Also wir würden schon die Bereitschaft stellen, dass da auch wirklich dann am Ende Hilfskräfte durchkommen. Nur wenn halt die Autofahrer nicht mitmachen, dann ist das halt ein bisschen schwierig. Stimmt, es ist ja komplett die Schuld der anderen und nicht eure, alles gut. Das Problem ist, dass man eventuell auch nicht immer eine Rettungsgasse bilden kann. In Hamburg haben sich die Leute auch mal an so einer Autobahnbrücke festgeklebt. Das sind normal, zwei Spuren, ohne irgendwie noch Platz an der Seite, da kann sowas schon mal schwierig werden. Und ja, man soll natürlich immer eine Rettungsgasse bilden, aber trotzdem seid ihr erstmal dafür verantwortlich, dass ihr den Verkehr überhaupt aufgehalten habt. Ihr könnt die Schuld dann nicht anderen Leuten geben, wenn ihr der Grund dafür seid, dass man da überhaupt steht. Das sagt Leeroy auch und ihre Antwort ist dann folgende. Also das ist so ein Punkt, so eine Frage, die ich mir halt immer wieder stelle, wenn da jetzt jemand in diesem Stau stirbt oder infolge dieses Staus stirbt, wie kannst du das so für dich dann damit vereinbaren, eine Straße zu sperren? Das ist mit auch einer der Gründe, wieso ich mich da nicht festklebe. Klar, es ist dann eine Person, böse gesagt, aber es gibt halt dafür Millionen von Menschen, die auf der Welt wegen dem Klimawandel sterben. Und ob das jetzt eine Person in Deutschland ist oder 100 Leute irgendwo in einem Buschfeuer sterben oder so, ist halt dann die Abwägungsfrage. Alter, also erstmal. Ja, also was soll ich dazu sagen, ne? Das ist einfach nur, das ist einfach nur maximal lost, die Aussage. Also guck mal, das Ding ist, für sie ist das jetzt eine Abwägungsfrage. Und die Sache ist jetzt, stell dir mal vor, diese eine Person ist ihr Familienmitglied. Würde sie immer noch so reden, wenn es ihr Familienmitglied wäre? Also wenn jetzt die eine Person ihre Oma ist, ihre Mutter ist, ihre Schwester ist oder wer auch immer. Ich glaube nicht, dass sie dann sagen würde, ja, das muss man abwägen. Entweder eine Million oder tausende Leute oder eine Person. Naja, die eine Person ist ja dann auch nicht so wichtig. Nehmen wir mal an, es würde wirklich wegen euch eine Person in diesem Stau sterben. Dann ist es ja nicht so, dass ihr damit andere Menschen gerettet habt, sodass man sagen kann, ja gut, aber dafür gibt es jetzt einen Waldbrand weniger. Sondern es ist einfach ein zusätzlicher Tod. Weil ganz abgesehen davon bist du ja dafür verantwortlich. Du bist der Grund, warum das passiert ist. Bei dem Waldbrand bist du nicht schuld. Mag sein, dass das für dich nur irgendein Mensch ist, aber trotzdem hast du nicht das Recht zu entscheiden, ob diese Person leben darf oder nicht. Es sterben ja trotzdem Leute bei irgendwelchen Klimakatastrophen. Das werdet ihr mit eurem Festkleben auf der Straße nicht verhindern. Aber für diesen Mord seid ihr dann verantwortlich und sollte dafür auch zur Rechenschaft gezogen werden. Ich spiele jetzt einfach mal den Hobbypsychologen. Ihr habt euch jetzt die ganzen Aussagen von ihr ange... Hobbypsychologen wieder. Okay, Mord würde ich jetzt nicht sagen. Mord ist ja geplant und gezielt, dass jemand stirbt. Vielleicht fahrlässige Tötung oder so. Ich kenne mich aber jetzt juristisch auch nicht so gut damit aus. Am Anfang des Videos sagt sie folgendes. Ich habe mich aber nicht selber getraut, um irgendwie auf Demos zu gehen, weil ich war schon ein bisschen sehr der Außenseiter bei uns in der Klasse. Und die ganzen coolen Mädchen sind quasi immer so zu diesen Demos gegangen. Da habe ich immer gedacht, vielleicht lieber ungern. Ich habe einfach so ein bisschen das Gefühl, dass zum Beispiel Leute bei der letzten Degeneration und so weiter, dass vor allem Leute sind, die halt früher eher Außenseiter gewesen sind und die nicht wirklich beliebt waren. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie es einfach cool finden, jetzt mal Macht gegen andere Menschen ausüben zu können. Denn jetzt sind sie quasi jemand. Sie sind zwar dann nur der Grund, dass jemand im Stau steht, aber die Leute regen sich auf. Du hast Macht über diese Person und kannst halt bestimmen, dass sie da nicht weiterfährt. Ich meine, sie kann das Ganze ja nicht mal vernünftig argumentieren, warum sie das macht. Aber wie geht sie eigentlich mit Hate um? Wie gehst du selber mit dem Hass um, der dir so entgegenschlägt? Also wenn es von Passanten kommt, die mich mit Greta-Terroristin beleidigen, dann ist mir das eigentlich ziemlich egal. Weil ich persönlich weiß, die fühlen sich von dem Thema angegriffen. Die wissen, sie müssen eigentlich was machen, sie machen aber nichts und deswegen fühlen sie sich davon angegriffen. Nein, die Leute sind nicht genervt, weil sie sich mit dem Klimathema auseinandersetzen müssen, sondern weil sie nicht weiterkommen und vielleicht wichtige Termine verpassen. Leute, die ihre Kinder vom Kindergarten, Schule, Sportverein oder sonst irgendwas abholen müssen. Leute, die zu ihrer Familie müssen, die vielleicht irgendeinen wichtigen Termin beim Doktor oder sonst irgendwo haben. Deswegen sind die genervt. Nicht, weil sie sich mit dem Thema Klima beschäftigen müssen. Ja, wir machen zu wenig fürs Klima und sollten deutlich mehr machen. Das ist absolut richtig. Aber ihr sorgt nicht dafür, dass Leute sich fürs Klima einsetzen, sondern dass sie noch mehr genervt sind. Ja, genau. Und sowas interessiert... Ja, genau. Sehr passender Einspieler. ...mich eigentlich dann auch gar nicht, weil ich weiß, diese Menschen sind wahrscheinlich selber unzufrieden mit sich selbst. Also kein Front, ne? Aber ich glaube, die einzige Person, die hier unzufrieden mit ihrem Leben ist, bist du selber, wenn ich mir deine Aussagen so anhöre. Also ich glaube, du hast einfach irgendwelche Probleme, dass du es einfach cool findest, dich über andere stellen zu können. Aber ich bin auch nur ein Hobby-Psychologe. Es gibt einmal die eine Situation, dass man zum Beispiel mit einer Demo irgendwo durchläuft und am Straßenrand gucken halt Menschen zu, die aber nicht zur Demo dazugehören. Ey, Kuhn.TV, du hast jetzt noch exakt fünf Minuten Zeit, null mal Psychologe zu sagen. Bitte, bitte tu mir das nicht an. Bitte. Ich hab da wirklich... Ich achte immer drauf, wenn jemand Psychologe sagt, nur Psychologe sagt. Gehören. Und vielleicht kommen die gerade aus, sagen wir, die kommen gerade aus dem H&M mit ihren fetten Einkaufstüten rausgelaufen und dann schreien wir halt irgendwelche Sprüche, die halt ihnen bewusst machen, ah, das, was ich gerade gemacht habe, war eigentlich nicht so gut fürs Klima. Dann fühlen die sich wirklich automatisch richtig angegriffen davon und die fangen dann an, uns anzuschreien. Ja, wahrscheinlich. Die schreien, weil die sich so denken, verdammt, erwischt, ah, das war nicht gut fürs Klima. Was mach ich jetzt? Zurückbeleidigen. Das Ding ist bei sowas auch, nicht jeder hat die Möglichkeit, sich Klamotten zu kaufen. Also mich würde interessieren, woher sie die Klamotten hat und, äh, ja, wie sie einkauft und so, weil oft, also, ist ja ganz, ganz wenig, was jetzt hier so self- oder irgendwie handmade ist in Germany, ja, wo man sagt, ey, das ist wirklich auch sehr klimaneutral. ...kaufen, die CO2-neutral sind. Vor allem ist es auch lustig, weil sie sitzt da mit Vans, die übrigens auch aus Asien und so weiter kommen. Also, Props an dich gehen auf jeden Fall raus. Immer mehr Menschen... Gut, du weißt jetzt natürlich nicht, sind alle Vans aus Asien, aus Vietnam und so weiter oder ist das eine Eigenproduktion? Das kann ja auch durchaus sein. Ähm, möchte ich dir jetzt nicht unterstellen, aber ist schon weird teilweise. ...leben an der Armutsgrenze. Die Inflation wird höher, Strompreise steigen, Miete wird teurer, Lebensmittel auch und, und, und. Und da bleibt normalerweise kein Geld mehr, um zu gucken, okay, wo kann ich jetzt CO2-neutrale Klamotten kaufen, weil die ja normalerweise teurer sind. Ich meine, wisst ihr denn, wen ihr da anschreit? Ist das wirklich eine Person, die viel zu viele Klamotten kauft und die man berechtigterweise kritisieren kann, wie diese Ski-Innenkäufe bei TikTok, wo Leute einfach so tonnenweise Klamotten kaufen? Oder war das vielleicht irgendeine Person, die zwei, drei Monate gespart hat, um sich mal für 40 Euro wenigstens ein paar schöne Kleidungsstücke zu kaufen, die ihr dann sogar noch anmacht? Anstatt Leute immer anzugreifen, gebt ihnen doch Alternativen. So, die Person, die da bei H&M ist, versteht dieses Problem vielleicht nicht, kennt auch keine Alternativen und wird trotzdem dafür angemacht. Wenn ihr schon moralisch so viel höher seid, dann zeigt doch Alternativen, dann setzt euch mit der Person auseinander, dann sagt, wo man sich Kleidung kauft. Ja, das ist aber oftmals so der Fall, dass man mit dem Finger auf jemanden zeigt und sagt, das machst du falsch, aber halt nicht aufzeigt. Ja, was machst du falsch und was kannst du besser machen? Also nicht, dass du sagst, ey, das, was du machst, ist nicht gut fürs Klima, das ist scheiße, was du machst. Hinterfrag dich da mal. Sondern, dass du direkt sagst oder direkt Lösungsansätze zeigst, indem du sagst, ja, geh doch dort und dort hineinkaufen, dort ist es halt wirklich klimaneutral und es läuft halt alles viel ordentlicher ab. Ja, das wäre halt, sage ich mal, etwas sinnvoller. Aber ich glaube, man geht zu wenig auf die einzelnen Personen ein, sondern man sagt einfach, scheiße ist scheiße. Wo gibt es denn deine Vans? Ich würde es gerne wissen. Ja, ob du dir sicher bist, dass dieser direkte, vielleicht auch provokative Weg derjenige ist, der dann auch das bewirkt, was du vom Gegenüber eigentlich dir wünschst. Ich glaube, so das generelle Grundziel, auch generell bei allen Demos und Aktionen ist es sowieso immer, Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken. Also egal, ob es jetzt gute Aufmerksamkeit ist oder nicht, weil wenn du Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenkst, dann denken Menschen zwingend eigentlich darüber nach. Die Frage ist, wird wirklich über das Klima geredet oder nur über eure Aktionen? Wenn man sich die Berichte über die letzte Degeneration und so weiter einfach mal anguckt, die auch im Fernsehen laufen, dann sieht man, dass das Klima eine sehr untergeordnete Rolle spielt. Meistens zeigen sie halt die Aktionen, dann zeigen sie Polizisten, die sie wegräumen, dann werden noch genervte Autofahrer gezeigt und das war es eigentlich. Und natürlich gibt es schlechte Promo, nur weil vielleicht kurzzeitig sehr viel über ein Thema geredet wird, heißt das ja nicht, dass sich Menschen auch danach noch mit diesem Thema beschäftigen. Und so erreicht man das auch nicht, wie man ja merkt. Also ich weiß jetzt nicht, ob es Leute gibt, die sich nach solchen Demos sagen, ja, ich wäre Teil davon oder ja, das, was sie machen, ist richtig gut. Also ich kenne jetzt auch niemanden, der gesagt hat, ey, ich habe das gesehen und ich bin jetzt auch Teil davon. Nämlich würde es wirklich interessieren, ob da Leute sagen, ey, ich schließe mich dem an und klebe mich da mit auf die Straße oder bin da jetzt auch radikal mit am Start. Weiß ich nicht. Kenne ich halt auch niemanden, deswegen kann ich da schlecht was dazu sagen. Ja, mich würde es aber interessieren, ob es jemanden gibt, der sich dann dem angeschlossen hat. Muss es ja irgendwie geben. Irgendwie muss es ja Leute geben, weil sonst wäre das ja nicht größer und größer geworden. Aber ich glaube nicht, dass es, ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch so viele Leute mehr erreicht, also die dann selber mitmachen. Es bringt ja einfach gar nichts, das zu machen. Noch nicht eine einzige positive Auswirkung davon bisher gesehen. Vor allem, wenn die ganze Zeit auch nur Bürger zu Schaden kommen, die nicht mal was dafür können. Dass sie ein wirklich sehr vereinfachtes Weltbild hat, zeigt sich auch hier. Wenn man den Menschen gar keine Chance gibt, dass sie mal mit dir reden können und dass sie halt auch wirklich mal mit dir diskutieren können auf einem Niveau, wo jetzt keiner den anderen beleidigt oder körperlich angeht, dann bringt es eigentlich auch viel, viel mehr. Also die letzte Generation beleidigt niemanden, in denen sie sich auf die Straße setzt. Sie sitzt da ja eigentlich nur. Ich glaube, das ist auch generell so der springende Punkt. Okay, also, ihr wollt ein Klima der Diskussion schaffen, in dem ihr Leute dazu zwingt, in einem Stau zu stehen, damit eine Stresssituation auslöst, wo Leute dann wahrscheinlich mit euch reden wollen, oder? Ja, ja. Und was ich auch noch komisch finde, ist, sie wollen ja viel diskutieren und so. Aber was mir aufgefallen ist, es gab schon des Öfteren Reporter, die hingegangen sind zu diesen Aktivisten und dann gefragt haben, yo, was ist euer Ziel? Was sind eure Fragen? Was sind die Kritikpunkte der Politik sozusagen? Und die hatten aber keine, also die hatten keine Aussagen parat oder die wussten gar nicht, für was machen die das jetzt? Das ist auch so eine Sache. Ich meine, wenn ich demonstriere, muss ich auch so ein bisschen Ahnung haben, warum demonstriere ich? Was sind meine Ziele? Und bei manchen habe ich das Gefühl, die wollen einfach nur mit dabei sein, aber so selber haben die gar keine Ahnung, für was demonstrieren die jetzt so richtig? Was sind die Punkte, um die es geht? Das finde ich manchmal ein bisschen weird, weil gerade bei einer Demonstration sollte man schon so ein bisschen wissen, warum ist man da? Also wie gesagt, ich bin kein Psychologe, aber ich bin mir ziemlich... Oh, er sagt noch mal Psychologe. Er hat es noch mal gesagt. Ich bin mir nicht sicher, dass wenn du als Person gestresst bist, weil du zum Beispiel nicht zu deinem Termin kommst, wegen sowas Unnötigem, dass du dann nicht aus deinem Auto steigst und sagst, ach, dann kann ich meine Kinder heute nicht abholen, die wollte ich eh loswerden. Komm, wir setzen uns eine Stunde hin und diskutieren erstmal über das Klima. Also wenn ihr eine Diskussionskultur starten wollt, dann solltet ihr ja auch das Umfeld dafür schaffen und euch an die Straße festzukleben, ist kein Umfeld für eine normale Diskussion. Und ja, schön, ihr beleidigt niemanden, aber trotzdem ist es ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und ihr schadet damit anderen Menschen. Als ob das jetzt irgendwie besser ist. Sich generell fürs Klima einzusetzen, ist sehr, sehr wichtig. Gar keine Frage. Ich zum Beispiel tue auch meinen Teil. Ich gucke mir zum Beispiel keine Erwachsenenfilme mehr im Internet an, sondern drucke mir die Bilder einfach mit meinem Drucker aus, um ein bisschen CO2-Emissionen zu sparen. Aber so wie ihr das macht, bewirkt ihr halt absolut gar nichts. Es wird ja auch in solchen Videos hier nicht über das Klima geredet, sondern nur darum, wie dämlich eure Aktionen sind. Wenn ihr solche Aktionen machen wollt, dann gerne, dann macht es. Aber dann versucht doch auch mal Leute zu treffen, die tatsächlich Entscheidungsmacht haben. Klebt euch an das Auto von Christian Lindner oder an den Bundestag oder bei Amazon, Google oder irgendeine große Firma, die tatsächlich was verändern kann. Klebt euch von mir aus an eine H&M-Filiale. Also macht das alles natürlich nicht, sonst ist es noch Aufruf zu einer Straftat, aber sowas wäre sinnvoller, als sich an irgendeine Straße zu kleben, wo dann der 50-jährige Uwe, der gerade von seiner 10-Stunden-Schicht nach Hause fährt, einfach nur genervt da rumsteht, der wirklich gar nichts für die Situation kann. Man merkt bei solchen Leuten einfach, dass es meistens Personen sind, die selber null gearbeitet haben, die auch gar nicht so wirklich reif im Kopf sind, die einfach nur anderen auf den Nerv gehen wollen, weil wahrscheinlich viele von denen vielleicht Außenseiter gewesen sind und jetzt kann man selber mal Macht über andere Menschen haben. Einfach unnötig. Ja gut, das jetzt so zu pauschalisieren, würde ich jetzt nicht so machen. Da gibt es auch genügend Leute, die halt auch wirklich wahrscheinlich Ahnung haben, ja auch vom Leben Ahnung haben und sich dessen bewusst sind, was es für Auswirkungen hat, dieses ganze Klimathema. Deswegen würde ich jetzt nicht so pauschalisieren, aber es gibt schon, ich würde schon sagen, es gibt, aber es ist auch bei jeder Demo so, es gibt schon Rios. Und ich glaube, die Frau, die da gezeigt wurde bei Leroy, die gehört schon zu den Extremeren, würde ich fast meinen. Also so von den Aussagen, die sind schon sehr komisch. Das Ganze wird dann auf dem Rücken des Klimas ausgetragen, weil man sich ja für was Tolles einsetzt und so moralisch überlegen ist, obwohl die Aktionen nichts bringt. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir in die Kommentare. Okay. Ja, aber trotzdem ein nachvollziehbares Video. Ich hoffe, euch hat die Reaction gefallen. Wenn ja, dann lasst du mir gerne ein Like da. Würde mich sehr, sehr freuen. Lasst doch gerne ein Abo da. Guckt die anderen Reactions an, die noch so online gekommen sind, die letzten Tage, die letzten Wochen. Wäre eine sehr wilde Sache. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und macht's gut. Haut rein. Stänkchen und Zwängchen. Euer Alpha Kevin und ciao, ciao.